Nachdem wir uns den Kontoauszug nochmal angeschaut haben in unserem Ordner und uns auch die Rechnungen nochmal angeschaut haben, wir hatten das im Vorfeld alles kontiert, das ist alles schon erledigt, beginnen wir nun die Daten in das Programm einzugeben. Das geht logischerweise über den Button Buchen und hier suchen wir uns auch gleich das Dialog Buchen aus. Das ist Geschmackssache, was Sie nehmen, Stapelbuchungen werden nicht direkt ins Programm eingespielt, die können Sie immer wieder korrigieren, müssen Sie dann aber hier unten über den Button, der jetzt grau unterlegt ist, über den Stapel ausbuchen. Das kommt ganz darauf an, wie Ihnen das liegt, was Sie am liebsten machen, wie viel Menge es ist, das ist komplett Ihnen überlassen. Ich gehe direkt über Dialog Buchen. In dieser Maske sehen Sie hier das Datum, das ist vorgegeben, das ist das Tagesdatum, das muss überschrieben werden, es ist eine Nummer hinterlegt, eine laufende Nummer, das zeige ich Ihnen auch alles gleich und wir haben hier schon unsere erste Buchung, das ist der Aushilfslohn vom Herrn Huber, der schon eingetragen ist. Und da sehen Sie auf dem Sollkonto 6030 Aushilfslöhne und haben Konto 1600 die Kasse. Wir wollen aber anfangen und die Bank buchen. Ich zeige Ihnen die erste Buchung. Die erste Buchung auf unserem Kontoauszug Nummer 1 ist am 2. Januar 2013. Wir haben auf unserem Konto 2305,63 Euro gutgeschrieben bekommen. Also, wir beginnen mit dem 2. Januar 2013, tragen bei der Nummer den Kontoauszug ein, das ist die Nummer 1 und sagen im Text, von wem wir das Geld gutgeschrieben bekommen haben. Und das ist in unserem Fall die Color OHG. Könnte man jetzt noch die Rechnungsnummer dazu schreiben. Das ist die Rechnungsnummer 0121 aus dem Jahr 2012. Wir haben erhalten 2305,63 Euro. Das Komma wird automatisch gesetzt und im Soll geben wir das Bankkonto ein und im Haben unser Erlöskonto. Sie sehen, automatisch springt er auf 19% Umsatzsteuer. Das Konto 4400 ist das Erlöskonto 19% und die Umsatzsteuer wird automatisch vorgeschlagen. Da brauchen Sie nichts weiter verändern und gehen dann einfach auf Buchen. Und somit haben Sie Ihre erste Buchung getätigt. Auf der Bank ist Geld gekommen, 2305,63 Euro, gegen das Erlöskonto. Der Buchungssatz heißt Bank an Erlöse und Umsatzsteuer. Die nächste Buchung ist eine Ausgabe, 7,20 Euro. Wir wissen nicht für wen. Wenn Sie keinen Beleg haben, dann müssen Sie in den sauren Apfel beißen und in dem Fall muss es als Privatausgabe gebucht werden. Es ist auch wieder der Auszug Nummer 1 am 2. Januar. Einzug, Fragezeichen, wissen wir nicht, 7,20 Euro. Geht auf die 2100, Privatentnahmen allgemein, Gegenkonto 1800, Bank, Buchen. Und somit sehen Sie, dass wir die zweite Buchung über die Bank erledigt haben. Es geht weiter mit unserer Benzinquittung. Auch am 2. Januar, Auszug Nummer 1. Und hier können wir sagen, tanken, Benzin, 41,37 Euro. 6,5,30 Euro ist das laufende Kfz-Betriebskostenkonto, auf welches die Tankvorgänge gebucht werden. Auch hier sehen Sie wieder, die Vorsteuer wird automatisch vorgeschlagen. Sie kontrollieren immer noch mal, ob auf Ihrem Beleg auch die Vorsteuer ausgewiesen ist. Das ist ganz wichtig. Und dann wieder Buchen erledigt. Die AXA-Versicherung bucht ab, auch auf dem Auszug 1. Das ist die Kfz-Versicherung für unser Auto. 6,5,20 Euro. Sie sehen hier, keine Vorsteuer. Bei Versicherungen gibt es keine Vorsteuer. Buchen. Der nächste Beleg ist Benzin. Tanken. 39,94 Euro. 6,5,30 Euro. Vorsteuer automatisch. Ja. Wir kommen zur nächsten Bohrung. Das ist jetzt eine Splittbohrung. Wir haben beim Saturn ein Handy gekauft, mit einer gleichzeitigen Versicherung über die Laufzeit. Das haben wir im Vorfeld schon geklärt. Wir haben gesagt, das ist ein geringwertiges Wirtschaftsgut, ab 100 Euro Nettowert. Wenn Sie sich nicht sicher sind beim Anlagevermögen, fragen Sie bitte immer Ihren Steuerberater oder informieren Sie sich anderweitig. In diesem Fall zeige ich Ihnen, wie eine Splittbohrung funktioniert. Wir beginnen wieder, die Bohrung einzugeben. Auszugsdatum ist immer noch der 2. Januar. Es ist der Auszug Nummer 1. Und wir sagen hier Saturn Handy. Das Ganze kostet 219 Euro und ist jetzt eine Splittbohrung. Ich habe die Sollbohrung entfernt. Das Gegenkonto ist die Bank. Da verändert sich nichts und sage hier Splittbohrung. Jetzt weiß ich, dass das Handy 169 Euro gekostet hat und buche es auf GWG. 6,70 das Konto. Vorsteuer ist wieder automatisch angegeben und sage Übernehmen. Die zweite Bohrung, sehen wir hier, bleiben uns 50 Euro übrig und sagen hier Versicherung. Die 50 Euro bleiben. Diese Versicherung buchen wir auf 6,400. Da ist keine Vorsteuer. Sagen wieder Übernehmen. Die Bohrung ist ausgeglichen. Das können wir hier sehen. Bohrungsbetrag 219 Euro. Noch nicht verbucht. Null. Der Umkehrschluss ist es alles gebucht und sagen dann Schließen. Jetzt ist die Bohrung noch nicht gebucht. Wir müssen hier sagen Buchen und sehen dann hier unten, dass die Bohrung verbucht wurde. Saturn Handy und die Versicherung dazu. Somit ist diese Handybohrung eingegangen, eingebucht und müssen jetzt, um wieder neu buchen zu können, sagen Splitten verwerfen. Dieses Verwerfen, so dass wir wieder eine Plankobohrungsmaske haben und die letzte Bohrung des Kontoauszugs verbuchen können. Es geht jetzt um die letzte Buchung. Die ist auch wieder am 2. Januar auf dem Kontoauszug Nummer 1 und das ist ein Dauerauftrag für eine Privatbuchung. Wir haben keinen Beleg weiter darüber. Wir buchen die 500 Euro auf 2,100 gegen Konto Bank und sagen wieder Buchen. Jetzt sehen wir, unser Kontoauszug ist gebucht. Alle Bohrungen auf diesem Kontoauszug haben wir im Bankprogramm erfasst. Jetzt sehen wir auf unserem Kontoauszug 1.440,35 Euro als Übertrag. Sehen wir auch hier. Somit ist unser Kontoauszug rein rechnerisch korrekt erfasst. Den nächsten Kontoauszug, nämlich den Nummer 2, werde ich jetzt vorbereiten und zeige Ihnen anschließend, was ich alles eingegeben habe. Den Auszug Nummer 2 habe ich Ihnen hier schon vorbereitet. Ich habe alles eingegeben, wie wir den Auszug vorkontiert haben. Als letzte Buchung sehen wir 833 Euro als Ausgabe. Das sind Fremdleistungen. Da ist jetzt hier zum Beispiel nicht automatisch die Vorsteuer vorgegeben. Die Rechnung ist aber mit Vorsteuer. Dann kann ich hier sagen Vorsteuer 19%. Ist rechnungskonform und kann dann im Anschluss wieder sehen 569,46 Euro im Minus. Mein Kontoauszug stimmt mit meinen Daten im Buchhaltungsprogramm überein und somit ist auch dieser Auszug verbucht. Was ist die Auszug in den Augen? Was ist die Auszug? Das ist die Auszug. Das ist die Auszug. Ich bin unsere Auszug. Vielen Dank.